Unternehmer zu sein ist schon anstrengend, aber Kinder, ich sag's euch, Politik, ernst genommen, ist nochmal anstrengender. Jetzt muss ich mich hier mal outen, ich bin komplett unpolitisch. Nicht Teil der Lösung zu sein und innovativ und mutig wird uns nicht weiterbringen. Ich will's probieren, ich will sagen, ich hab gemacht, was ich konnte. Ja.